Und hier der Orgelsaal der Musikschule. Folgt mir. Da haben sich jetzt schon ein paar schöne Musikantinnen und Musikanten aufpostiert. Die werden uns jetzt gleich was vorspielen und etwas über die Orgel erzählen. Was ist die Orgel denn für ein Instrument? Naja, es ist einerseits ein Tasteninstrument, aber natürlich auch ein Blasinstrument. Und das kann man mit Händen und Füßen spielen. Also ist die Orgel sozusagen ein Pfeiftastenfußinstrument? Genau. Und Holzblas oder Blechblas? Beides. Was spielen die jungen Damen? Die spielen Querflöte. Querflöte, das ist ein schönes Instrument. Das glänzt immer so schön silber. Und wer unterrichtet in der Querflöte an der Landesmusikschule? Wir haben mehrere Lehrerinnen, unter anderem Christine. Christine, ja, also da haben wir jetzt alles schon besprochen. Und dann spielen wir jetzt vielleicht gleich zusammen ein Lied. Oder ihr spielt uns etwas vor, ja? Viel Vergnügen! Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. 齢y ein, zwei, vier. 3- 1966 Fiik. Roat,